Hallöle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Were Here Together mit Elisabeth Schnabelstedt oder so. Haha, hallo. Letztes Mal haben wir richtig krasse, ich will nicht, richtig krasse Rätsel gelöst. Zwei Stück sogar, natürlich durch meine Intelligenz. Aber es geht jetzt weiter. Was war das denn jetzt? Ich muss die Treppen runter. Ich auch, ich muss zu einem Abwasserkanal runter. Ich auch. Dort unten ist es zu dunkel, du bist auch zu dunkel. So, wo sind wir denn jetzt so hier? Da ist ein Mensch. Oh mein Gott, ein Video. Ein Video. Murmelt, steht da. Das ist kein Spielzeugkind, gib ihn mir. Was? 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 No, we should kill you. I don't see how many men these people could access to us. And that is why I must not make it. No, no. What have you done now? I said just from the Zester. He has made himself eternal. Oh, voll schrecklich. Wir müssen den retten. Ja, den kleinen Jungen, ne? Nee, es ist ein Mädchen. Oh Gott. Oh, erinnerst du dich? Ja. Ja. Dann mach mal. Wie war das jetzt noch? Ich hab's auch nicht gerallt, als ich die Lösung mal gesehen hab. Ja, war das nicht irgendwie so von rot-grün zu blau zu gelb? Aber wo denn? Wo? Ja, rot-grün. Wo soll ich anfangen? Ja, rot-grün. Es gibt aber kein rot-grün. Ja, unten. Ich weiß nicht, wo ich's hinlegen soll. Unten. Wo ist denn hier unten? Ja, unten halt. Unter orange. Keine Ahnung. Ich leg's jetzt einfach mal dahin. Dann. Ja, weiß ich nicht. Von rot geht's zu... Wir müssen dein Bild irgendwie über mein zu... Von grün geht's zu blau. Wie grün geht's zu blau? Wo ist denn das Grüne? Ja, grün geht zu blau. Ich hab nix hier liegen gefunden. Aber du hattest doch so Dinger, die du einsetzen konntest. Ja, wo sind die denn? Wo soll ich aber hin? Ja, halt an das untere. Ja, aber das sind 10 Millionen Sachen. Dann nimm einfach... Ich hab doch so ne Kabel-Schnur. Kabel-Schnur. Die da so verläuft. Hier halt unten. Ja, aber da ist viel unten. Was denn? Das letzte... Das erste unten. Hä? Du musst das erste nehmen. Ich weiß nicht. Ich kann dir nicht folgen. Kommt mir leid. Es ist schrecklich. Nichts meins, aber... Ja, das erste halt. Bei mir ist so ein Loch, das fängt da alles an. Ja. Dann fang beim Loch an. Und was soll da jetzt hin? Grün. Rot. Nur grün-rot. Also links rot und rechts grün. Ja. Ja. Und dann verbindet sich die Schnur weiter. Nach links. Nach links. Dann orange. Das ist doch eh alles nicht richtig. Ich hab... Doch da... Oder blau-orange. Oh, ne. Tschüss jetzt. So, dann... Das macht mich aggressiv. Dann geht's jetzt in drei Richtungen noch. Ja, dann hab ich da... Das steht da schon. Grün und orange. Nee, grün und orange ist ja auf der anderen Seite. Ja, dann weiß ich nicht. Tut mir leid. Das Spiel ist scheiße allein. Wie sieht das denn nochmal bei dir aus? Ich kann ja mal gucken, ob das richtig... Das erste ist sogar richtig. Sag ich doch. Das rot-grüne, ne? Ja. Ja. Das ist ja der Anfang. Und dann geht's ja zu blau. War doch so, oder nicht? Blau? Rechtsrum. Ja, vielleicht ist das auch spiegelverkehrt. Und dann? Ja, und... Kommt, äh... Kommt orange-grün. Genau. Und dann? Ja, entweder nur rot, nur orange oder blau-grün. Ja, mir ist jetzt rechtsrum, aber was ist denn da bei... Linken... Ist vielleicht das... Ja, dann... Weil... Orange. Nur orange? Ja. Auf beiden Seiten? Nee. Nur links. Ja, ja. Okay. Ja. Und dann? Ja, dann... Kommt bei mir rot-blau. Genau. Und dann? Das letzte? Blau-blau. Gosti, vielleicht haben wir's. Oh... 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 Es geht weiter... Es geht weiter, Lisa. Es geht weiter. Oh mein Gott, Pasi, wir schaffen. Als ob... Hä? Das war einfach nur spiegelverkehrt. Wie kennst du das? Es war einfach nur spiegelverkehrt. Und wir sind nicht gestorben. Und wir sind nicht gestorben. Und wo muss ich jetzt hin? Ich muss durchsuchen. Ach, wahrscheinlich wieder hoch. Hä? Ist ja... Ähm... Mir ist das voll gruselig. Ist das jetzt gerade ehrlich so, dass wir das jetzt geschafft haben? Ja. So einfach? Oh, jetzt sind wir da, wo wir auch mit den Pflanzen und dem Bier... Echt? Hm. Erst mal ein bisschen was abzappen. Oh! Video! 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 Voll gruselige Tür. Was ist denn hier? Der Mann ist voll aggressiv, ne? Nö, bei mir nicht. Doch, der schreit die voll an. Bei mir ist nur ein Mann und sagt, helf mir. Nein, bei mir ist ein Mann und eine Frau, die sprechen und dann fühlt sich in meiner Hand immer so ein Dolch auf. Echt? Ja. Bei mir ist einfach nur ein Mann, der da immer sagt, ich möchte Hilfe, du musst mir helfen. Hilfe, du Opfer. Hilfe, du Opfer. Ich muss wieder die Rohre und so legen. Ich auch, wir müssen Rohre verlegen. Ja, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Ich habe Hilfe, du Opfer verstanden. Nein. Ja, wir müssen jetzt Rohre verlegen, Lisbeth. Ne? Ja. Ach, das war doch das, wo, ähm, mit Flüssigkeit. Ja. Wie viele Rohre hatte ich denn nochmal? Vier oder fünf? Da waren doch viel mehr, ne? Ich habe nur... Eins, zwei, drei, vier habe ich jetzt. Ich glaube, da war nur mehr, oder? Da ist noch eins. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe auch vier. Aber hatte ich nicht fünf? Ne, eins war, glaube ich, über. Sicher? Also nur vier. Ich sehe noch Zahnräder. Wat? Die kann ich nicht aufnehmen. Ja, dann. Oh, ey, da gab es ja auch noch so ein Spiel mit den Zahnrädern, ey. Oh. Damit. Ich drücke mal. Mal gucken, was passiert. Wat? Ich muss erst mal runter hier, damit ich die Flüssigkeit sehe. Ach, das war doch mit dem Gas hier. Das war doch gar keine Flüssigkeit. Ja, ja. Also, wir brauchen Grüne. Fangen wir mal mit der Grün an. Ich konnte hier auch was drücken. Einen Hebel. Mit was mischen wir die? Mit welcher Farbe? Ich habe Rot als Farbe bei mir. Mit was wird denn? Aus was wird denn Grün? Ja, aus Blau und Gelb. Du bist doch so gut in Kunst, oder nicht? Ich habe Blau und Gelb. Ja, aber mischen bin ich nicht gut. Blau und Gelb habe ich. Warte. Ich kann mal versuchen. So. Jetzt. So. Nee. Ist ja orange. Äh, was ist das denn jetzt, Lisbeth? Warte. Ach, Mann. Das geht mir schon ab. Und jetzt brauche ich hier das andere Rohr. Warte. Das hier. Jetzt habe ich Grün bei mir. Ja. Die Farbe. Wenigstens. Ja. Ja, aber wie füllt man das jetzt nochmal auf? Ach, es darf nirgendwo... Wie war das noch? Darf nirgendwo ein Leck sein? Oder müssen alle Farben... Alle, alle Symbole müssen gedingt sein, ne? Mhm. Nee. Dann hast du was verändert? Hm. Ja. Aber ich habe halt ein Loch bei mir. Ja, das war ja egal. Waren nicht die Löcher egal? Ach nee, wir müssen die Lecks besat... Wie war das denn? Waren die Blamen die Lecks die zeitigen? Oder Albers leuchten? Wenn ich das wüsste... Weil eins von beiden war doch da. Mhm. Jetzt haben wir Grün. Ja, ja. Und jetzt? Jetzt ist Blau. Und jetzt ist Grün. Ja. Und nun? Weil mir leuchtet halt 6 und 7 nicht. Ich glaube, es ist teilweise... Ah, warte. Warte, 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 warte. Jetzt. Ja, bei mir leuchtet jetzt die 3 nicht. Das ist die einzige Zahl, die nicht leuchtet. Jetzt. Ja. Ja, aber anscheinend liegt es da nicht dran. Weil das Fass füllt sich nicht. Ja, hier ist nämlich ein Leck. Warte, ich drehe mal eben. Jetzt. Bei mir sind auch Lecks. Jetzt sind wieder neue Lecks da. Deswegen? Ging es überhaupt? Och, wie scheiße. Da drehe ich mich ja jetzt schon wieder auf. Ich glaube, es darf einfach kein Gasleck entstehen. Aber nicht, dass ich irgendwie... Ähm, ein... Oh, zu wenig hab. Weißt du, was ich mein? Glissbatch? Nee, warte mal. Warum... Warum hat... Von einer Stelle hab ich kein Leck. Ich glaub, das muss irgendwie... Vielleicht muss ich ja auch. Kannst du mal die 5 ausschalten? Geht das... Ich kann nix ausschalten. Oder irgendwie das Leck vor bei 5 beseitigen vielleicht? 5? Ja, bei 5 ist bei mir gar kein Loch dafür. Aber mir kommt bei 5 so ein Dings raus. Und bei... Ja gut, das kann man gar nicht... Was ist das denn hier? Weg mit dir, Flicher. Jetzt hab ich alle Lecks beseitigt. Ja. Aber es leuchtet nicht überall grün. Warum? Weiß ich nicht. Bei 4 nicht. Bei 5, bei 6, bei 7 nicht. Da ist ja auch gar kein Feuer. Ja. Warum? Weil jetzt alle Lecks beseitigt sind. Ja, ist ja doof. Ja, aber was... Denn mach. Weil ich brauch da ja auch Feuer. Jetzt hab ich da Feuer. Ja, aber das... Achso, wir müssen das ja... Irgendwie so machen, dass... Jetzt... Oder was? Nö. Nö. Nö? Vielleicht muss ich das tauschen. Gar nicht... Da kommen aus... Eine Richtung. Und da? Jetzt kommt aus keiner ein Leck. 6, 6... Blubba, blubba, blubba. 6 und 7. Jetzt ist voll, grün. Ist voll? Ja. Man muss gar nicht alle Wege gehen, glaube ich. Okay. Kein Leck. Ja, dann ist doch gut. Wenn der grün ist. Jetzt nehmen wir orange. Okay. Orange besteht aus... Ach, orange, da kann ich rot machen für. Ja. 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 Rot und? Rot und gelb. Achso. Alles bad. Schon peinlich, ne? Was? Wo ist hier kein... Ah, jetzt ist eine rote Flamme. Jetzt ist orange. Die muss bei mir... Ja, stimmt. Ja. Fertig, oder nicht? Das war's. Ja? Nee. Nee, ich hab noch ein Gas-Lag. Warte. Achso. Vielleicht muss ich das so drehen. Oh, warte, jetzt hab ich ein Loch. Ich versuch's mal zu stopfen. Ja. So. Warte, jetzt hab ich zwei. Aber jetzt hab ich den Trick raus. Warte, ich mach weg. So. Wird voll? Nee. Warum? Nee. Warte, vielleicht muss ich da so ein schräges... Nee. Ich muss ein bisschen ausprobieren. Nee, jetzt kommt da oben raus. Warte. Da unten ist jetzt ein Leck. Moment. Ähm, jetzt hab ich kein Leck mehr. Warte. Du noch? Ach doch, ich hab noch ein Leck. Ich erzähl scheiße. Oh. Ähm. Okay. Hä? Hä? Achso, nee, ich laber ja... Ich hab gar keine... Was erzähl ich da vom Scheiß? Ah, der muss so. Wat? Da müssen Kräfte jetzt kein Leckmensch... Ach, dann kommt das da oben. Ich hab halt noch Löcher, aber... Hat sich grad auch im Grün wird voll. Echt? Mhm. Glaub ich. Oder? Das versteh ich jetzt nicht. Komisch. Vielleicht darf da gar nichts hin. Aber das kann ja auch nicht sein. Jetzt hab ich gar kein Leck mehr. Ja, aber ich. Und jetzt? Jetzt hab ich wieder ein Leck. Komisch. Komische Sache. Ich find's auch cool. Vielleicht muss ich einfach so machen. Nee. Jetzt so? Oh, jetzt leuchtet bei mir alles. Leuchtet? Hm. Alles jetzt orange. Außer bei drei. Bei zwei. Ja, aber das spielt ja anscheinend gar keine Rolle. Achso. Mach ich wieder raus. Aber ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Da stehen ja auch Zahlen. Die müssen ja auch einen Sinn haben. Bei mir ist eine Eins, eine Zwei, eine Drei bis Sieben. Das muss doch einen Sinn haben. Keine Ahnung. Das muss bestimmt nur rumraten. Ach, der muss so bleiben. Da kann ich den auch so gehen. Ja. Jetzt ist der... Warte, warte. So. Jetzt ist bei mir kein Leck und es geht bis zum Orange durch. Also, es ist fertig. Nö. Ach so. Füllt sich nicht auf. Aber es ist kein Leck da und... Oh. Jetzt hab ich kein Leck. Okay. 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 Ich hab ganz viele jetzt. Oh oh. Versteh's nicht. Hm. Die Ruhru führen doch auch überall lang. Das muss doch einen Sinn haben. Orange. Nee. Ist ja... Kann nicht mehr. Oh je. Oh je. Ah. Weißige Handwerker hier am Start. Das ist doch verarscht. Jetzt hab ich wieder kein Leck bei mir. Ich schon. Äh, was ist das denn? Jetzt hab ich auch kein Leck. Jetzt hab ich wieder eins. Hier, aber das ist doch verarscht. Watsche, watsche. Jetzt. Ja, hat sich aufgefüllt. Na, was? Ja, hat sich echt aufgefüllt. Aber wir beide dürfen keine Lecks haben. Beide bis Ende an. Okay. Jetzt brauchen wir... Was für eine Farbe? Blau. Ne, lila. Lila war das ja. Ah, also blau und rot, ne? Hm. Okay. Wo ist denn blau? Bei mir ist kein blaues Licht. Ja, ich muss das vielleicht erstmal... Siehst du's? Ja, jetzt ist da blau an. Nur die Frage, wie ich das da hinbekommen. Ähm. So. Jetzt ist das da. Stimmt. Ha! Lila! Oh! Fertig? Ne. So. Hab ich hier ein Leck? Ja. Hm. Ich hab jetzt gar kein Leck mehr. Und alles... ...kommt an. Ich hab doch Lecks. Und ich weiß nicht, wie ich die stopfen. Ich kann noch was verändern. Warte. Ähm. Ich hab jetzt blau. Ne, jetzt nicht mehr. Warte. Kommt da aber lila Feuer raus. Der soll ja auch. Ja, aber das ist ja ein Leck. Achso. Das meinst du. Vielleicht kommt ja hier das da rein. Jetzt ist ja blau wieder weg. Ah, jetzt ist es wieder da. Ja, das war ich. Und hier kommt das. Oder das. Hier, warte. 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 Ich komm nicht zu Hause ja hin. Hm. 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 Ah. Was ist das denn hier? Das war sehr exotisch, ne? Achso, da muss ja sowas hier. So, jetzt haben wir Lilla. Ne? Guck mal, das blinkt. Ist das da rein oder was? Hast du Legs? Nee. Oh, ich hab... Hä, wie krieg ich das denn weg? Das doch jetzt reinmache. Da kommt doch jetzt das da raus. Füllt sich das auch nicht. Oh, warte mal. Was ist denn da? Erstmal ein Bier hier. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Oh shit. Was passiert denn beim... Rülpst erstmal rum, ey. Da verbindet sich ja... Wer? Äh, der Protagonist hier. Rülpst erstmal rum. Nach vier Bier. Achso. Auf jeden Fall komisch mit den Arten. Ja. War das nicht auch so, dass bei einem... Das... Das was? Dass bei einem irgendwie nichts reinm... Bei einem Rohr... Ja, jetzt geht's bis zum Ende und ich hab kein Leck. Ja. Ich hab ein Leck. Ja. Ja. Ähm... Warte. Warte. So. Jetzt hab ich unten einen Leck. Kann ja auch nicht sein. Hm. Da muss ich euch das Rohr tauschen. Warte. So. Das kommt jetzt da oben rein. Warte, warte, warte. So, jetzt hab ich keinen Leck. Ah, ich schon. Aber vielleicht krieg ich den ja weg. Jetzt ist bei mir alles rot. Ja, Moment, Moment. Achso. Jetzt ist wieder Lilla. Aber nur die Linken sind jetzt an, die Rechten. Und ich hab ein Leck. Ich auch. Ne, keine Ahnung, du. Hm. Ja, gut. Keine Ahnung. Hab ich da drei Löcher. Mach ich mal so. Warte. So, zack. So, jetzt hab ich keinen Leck mehr. Aber du, ne? Mhm. Hm. Wie war das denn damals? Ich weiß es nicht. Hatten wir nicht sogar bei Lila auch die Lösung angeguckt oder so? Ich weiß es echt nicht. Ich glaub schon, ne? Kann nicht sein. Jetzt hab ich rot. Jetzt hab ich Lila. Oh. Aber da oben ist noch ein Leck. Jetzt hab ich keinen Leck. Aber ich noch. Hm. Äh, was ist da denn hier? Äh. Äh. Was ist da denn hier? gerne. Ja, ich habe jetzt mal die Rohre wieder rausgenommen. Versuch nochmal hier. Wo muss das denn gehen? Ich kann nochmal nach da. Aha, jetzt ist es wenigstens schon mal blau, aber kein Deck. So, der jetzt so. Okay, jetzt habe ich da einen. So. Jetzt habe ich da wieder ein Loch. Und hier kommen die aus den beiden. So, aber das muss ich doch irgendwie wegkriegen. Ah, warte mal. So, jetzt habe ich gar keinen Leck. Ich, äh, wie schon. Ich habe einfach mit den Rohren mal ganz viel rumprobiert, die verschoben und alles. Ich schon wieder. Ich versuche mal. Jetzt habe ich ein Leck bekommen. Moment. Moment. Und? Ja. Das muss da einen Sinn haben. Oh, wir sind schon bei 30 Minuten. Ja, was müssen wir doch jetzt schaffen. Ja, aber wie? Vielleicht sagen uns die Lösungen das. Oh je. Warte. Ich gucke schnell. Willst du die Aufnahme beenden? Nein, 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 nein. Soll jeder wissen, dass wir dumm sind. Moment. Wir haben ja zwei von alleine geschafft immer. Hier steht was von Single Leather Room und Room with Two Levers. Ich habe nur ein Hebel im Raum. Achso, ich habe zwei. Ah. Ah, die mit den zwei. Okay, warte, ich versuche. Ich sage dir gleich. So. Das hatte ich so überfragt, glaube ich, schon mal. Okay. Ach, geschafft. Dann hattest du das richtig. Alles klar. Okay. Was hast du denn jetzt bei dir gemacht, Anders? Da war, weiß ich ehrlich gesagt. Okay. Vielleicht war die Kombination aus uns beiden jetzt plötzlich. Weißt du. Weil eigentlich habe ich das gerade auch vielleicht bestimmt schon mal so gehabt. Keine Ahnung. Ist auch egal. Hatte ich bestimmt Anlass dann oder so. Ja, weiß ich nicht. Ist egal. Ach, komisch. Okay. Na dann. So, bis zu einer neuen Folge von. Ja, hierzu. Nee, Together. Nicht Two. Together, scheiße. Bis dein. Bis. Tschüss. Tschüss. Tschüss.